so ich sollte eigentlich wieder da sein kommt gerade wahrscheinlich noch werbung ja war natürlich klar haut mich raus so ja war klar ich habe sogar noch aktualisiert und da ist egal ich schlag schon wieder mein mikrofon ich könnte kotzen so läuft jetzt läuft jetzt ich weiß es nicht läuft jetzt ja alles grün okay ja jetzt sehe ich auch dass sich das zeug bewegt so okay mal gucken es ist immer so soweit im moment ich werde noch mal angucken sobald ich die feuerbrille anschließe und die auch starte haut mich aus dem elgato programm raus das dürften sie ruhig mal fixen beheben wie auch immer man das nennen will so spiel starten jetzt hier zusatzinhalte ja okay das was jetzt spielen wir aber so mal ethan must die oder oder nein wir machen zuerst mal ich was ich versprochen habe verboten das filmmaterial lieber herr hellfire ich habe mein handy hier wenn es sich alles hier ausschalten sollte sehr gut ich gucke natürlich wieder mal weg so lieber herr hellfire für den fall dass sich ausschalten sollte könntest du mir bitte schnell was schreiben ich habe mein handy hier in der hosentasche dann merke ich das auch weil ich sehe nichts nicht dass ich hier ewigkeiten lang alles spiele und mache und tue und nichts passiert okay danke das wäre sehr nett von dir so also hellfire ist ein bisschen so mein kleiner schutzengel der passt so ein bisschen auf mich auf damit ich nichts falsch mache außer wenn er gerade mal keine zeit hat und da keine zeit hat und da mache ich dann immer alles falsch das ist es kam auch schon vor ich sag nur giveaway livestream da ging alles schief aber die leute haben gewonnen so wo seid ihr albtraum so also da jetzt halt hier umgucken und so kann es sein dass ich leise werde es tut mir leid kann ich nicht ändern es ist ich schlage immer mein mikrofon das verklagt mich eines tages noch ich glaube ich muss das noch ein bisschen wegrücken hier so vielleicht noch da ist noch rufe dann an okay machen wir so so könnte das spiel bitte starten bevor meine brille ganz an läuft ich bin ich bin ich will zwar nicht so sagen habe ich bin heißer typ nein natürlich nicht so geht los ja ich bin bereit ich muss jetzt hier noch so was gedrückt nein hey hallo wo bin ich ich sehe nix jetzt hier so hallo ich sehe nix jetzt so jetzt kitzelt mich die brille wieder an danach als pickt sie mich ins auge so okay sitzt auch geil so erst mal hier sagen sie reste um ein genaue starten das ding jetzt erst mal ihr habt hier noch nicht rein zu kommen ja ich schaffte es mir wird schon wieder schwindelig das spiel ist ja schön schrecklich schön okay wir können uns jetzt auch die maschinenpistole machen ich weiß nicht ob das so eine gute die flinte war eigentlich ziemlich die pistole war aber auch nicht ohne wir machen uns erst mal pistole und pistolen munition so dann hier die man uns noch und so und ja hallo nicht so schön 24 guck guck so also am anfang muss mich eigentlich ja noch gar nicht so viel durch zeug bewegen weil bringt es ja noch nicht wirklich ich glaube ich höre was ich glaube ich rieche was ich muss noch mal auf meine kerze gucken nicht dass mir die bude abfackelt ist was wo hallo geht auf okay mit der zu spielen ist wesentlich einfacher zu zielen hier weg so komm her mit der ist viel einfacher zu ziehen leute echt aber sie läuft sie beschlägt schon wieder sie läuft an ich ich sehe gleich wieder nichts mehr toll hier die starten wir uns doch starten noch schnell hier da zack wo ist das krass eindrücklich wenn die dinger direkt vor dir sterben so hm ja ah wohin 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 hier hier oder oder bin ich hier falsch guck guck okay 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 geil 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 so 800 cool so oh oh ah mitten ins gesicht boah oh okay nicht übel mit dem mg geht es tatsächlich wesentlich einfacher was habe ich mal noch gemacht hallo ah pistole habe ich mir noch gemacht okay nehmen wir auch hallo ah kannst du knicken guck guck oh komm was ist das ah ekelhaft oh raus sag mal was habe ich denn hier für patronen drin So, ich spare mir jetzt so viel ich kann an für die... Für die späteren Runden. Okay. Lass das! Nein! Okay, ich glaube, ich bin beinahe tot. Erstmal heilen. Ha, schön! Zwischenbilanz. Läuft noch. Läuft noch. Sieht alles gut aus. Okay. Ich will mir nachher die Aufnahme unbedingt angucken. Die Pressen wurde wieder gestartet. Das ist schön. Gehen wir mal zu der anderen Presse gucken. Wo waren die? Hier hinten, he? So, dann erstmal hier. Stufe 1. Wie kann ich denn das aufpimpen hier? So, hier. Die ist voll. Die leeren wir mal schnell. Ich brauche ein bisschen mehr Munition. Hat sie eigentlich auch eine Werkbank? Naja. Toll. Nicht schießen. Nicht schießen. Ah! Okay. Okay. Halt! Ich brauche erstmal ein bisschen, ähm, hier. Mehr Maschinen, mehr Munition. Dann das ätzende Mittel nehmen wir auch gleich. Können wir nämlich direkt die Tür hier links wieder aufmachen. Das war relativ praktisch. Ah! So. Ah! Das kenne ich noch aus Ethan Must Die. Diese verkackte Bodenplatte. Nervengasfalle. Ah! Und? Gefällt's dir? Ah! Huch! Okay, ich glaube, hier ist ziemlich praktisch. Oh! Was bist du? Okay, komm her! So. Schön, wir gehen mal schnell zurück gucken. Okay. Ah! So. Okay. Schnell die hier gucken. Wie hab ich denn jetzt? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein. Das war Check in dieser Runde. Oh, nein. 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 Was ist das? Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Nein. Munitionsverschwendung, Junge. Ja, das denkst du. Hahaha. Ja. Ah. So, schön. Die Nervengiftfalle. Ah. Er ist direkt hinter mir. Ich weiß es. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Geh drauf. Nein. Lass das. Lass mich durch. Lass mich weg. Okay. Okay. Lass das. Nein. Jetzt. Lass das. Lass das. So, gefällst dir? Ja, warten. Nein. Was? Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Bleib da. Jetzt. Oh, blö. Spinnst du. Ah. Aua. Keiner gewinnt bei einer Kopfnuss. Keiner. Auch du nicht, Jackie Boy. Aha. Warum? Warum? So, jetzt aber. Ja. Bang. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ja, schön. So, ich muss mal gucken, ob ich noch gerade sitze. Ich sitze noch gerade. Erstmal, wenn er kommt, die Stufe mehr. Nimm es das gute Rad am Rande. Schreib in die Videobeschreibung, was du spielst. So fühle man dich auch besser. Ich dachte eigentlich, ich hätte es in den Titel geschrieben. Ich ging wirklich davon aus, dass ich es in den Titel geschrieben habe. So. Hier, die starten wir auch. Hier, kann ich dich noch? Ne, kann ich nicht. Hallo? Oh mein Gott. Komm mal diese Dinge her, verdammt. Ich habe irgendein Trophäer freigeschaltet. Aber ich kann es gerade nicht gucken, weil ich... Huch. Lass das. Oh. Sag mal, spinnst du? Oh nein, nicht sterben. Nicht sterben. Komm schon. So, halt. Erstmal hier. Dann brauche ich es unbedingt hier wieder. So, komm mal her. Nein. So, ähm. Erste helfen hat es nicht. Die Flinte, die wäre natürlich auch noch praktisch. Aber da war ich wieder Munition für. So, dann erstmal heilen. Hallo? Hallo? So, jetzt aber. Hallo? Ah. Ferkel. Kommt nix. Tja. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Weg. Da. Jetzt. So, jetzt. Gibt's aber was aufs Fressbrett hier. Oh. So. Darf ich jetzt bitte mal schnell hier einsammeln gehen? Das wäre sehr, sehr nett. So. So. Wo war die andere? Hier hinten, ne? Ah, okay. Ah, okay. Ich krieg da schon hin. Nicht genügend hier. Oh. Okay. Mein Handy hat vibriert. Oh. Komm mal. Aua. Nein. Ähm. Na toll. Ich muss mal schnell gucken. Doch, stream läuft das noch. Ah, da steht nur spielt. Okay. So, was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt Fettsack. Jetzt komm ich im Spiel. Haha. Oh. Weg. Und weg. Oh. Ist ja ekelhaft. Ist ja ekelhaft. So, schnell laufen und nachladen. Ja, ich, das habe ich mir gedacht. Verdammt. Okay, ich will nach Hause. Echt? Ich habe drei Stunden überstanden. Geil. Deshalb sagte ich, ich ruf an, dass du nicht... Also, okay. Ich mache mal die Kerze aus. So, ich bin ziemlich angeschlagen, ne? Müssen wir hier erstmal... Gut, was kommt jetzt? So, jetzt stinkt es nach verbranntem... Nach verbranntem Zeug hier drin. Nicht mehr nach... Lecker nach Holz. So. Ich glaube, wir holen uns noch den Granatenwerfer. Und zack, 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 zack. Zack. So. Und schon wieder... Ah, nein. Aua. Summer. Reicht's jetzt? Kann mich direkt heilen. Ich habe nichts zum Heilen. Doch, ich habe was zum Heilen. Cool. So, jetzt. Ich wollte eigentlich die Schrohrflinte nehmen. Habe aber direkt die falsche Knarre genommen. Toll. So. Aha. Wie, der über... Lebt das einfach so. Alter, echt jetzt? So. Läuft alles noch. Ah, 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 ah. Raus. Finde ich das nur, oder werden die Gegner jetzt schneller? Also, häufiger ist ja klar, aber schneller, irgendwie. Ich fürchte, dass sie dich... Dass die sich jetzt schneller bewegen. Die Platte ist weg. Na, aua. Okay. Ganz schön. Hm, tricky hier. Die ist noch da. Gut. Kann ja auch ein bisschen was tun für mich. 1990 habe ich jetzt. Seht ihr das? 1990. Und ich mache mich nass. Haha. Ah. Du Schweinehund. So, ich brauche wieder mehr Munition. Sonst überstehe ich das nicht. So, dann machen wir noch. So. Wird mit der Zeit aber ganz schön teuer hier. Au. So, war es das? Ah. So, ich müsste hier mal schnell nachladen, weil sonst bringt mir das nicht viel. Den muss ich auch nachladen. Toll. So, hier können wir auch direkt noch nachladen. Toll. Passt. Oh, was kommt denn jetzt? Ich bin auf alles gewappnet. Nur auf das nicht. Das war ich echt nicht gefasst. Ich dachte jetzt, da kommt was Großes. Komm, gehen wir mal schnell hier. Ah, ah, nein. So. Boah, das war ein geiler Schuss. Ich muss mich wahrscheinlich wieder ein bisschen drehen, weil sonst. Okay, cool. Boah. Boah. Ah. Schnell, komm, hier rückwärts rein. Ah. Verdammt, lass das. Ah. Himmel, Herrgott, noch mal. Nein. Ah. Boah. Boah. Jetzt ist mir übel. Jetzt ist mir scheiße übel. Oh. So. Mal schnell die Punkte angucken. Wie schaut's denn aus? Äh. Reste übrig. Oh. War jetzt nicht so viel, hä? 59 Kill. Also 10.700 Punkte plus 41.500 Punkte. Mal 1,5. Brenner, ja, wir haben Brenner freigeschaltet. Ich weiß doch nicht, wofür, weil der ist nicht wirklich, ähm, ähm, stark oder so. Hier Adrenalin. Ja, schön. Entflammbare Tonne. Oh. Okay. Boah, Leute, ich muss die mal eben kurz ausziehen. So, hoffentlich haut's mich jetzt nicht wieder raus. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich sag's nochmal, bitte nicht. Nein, es läuft noch. Oh, bin ich verschwitzt, sag ich euch. Ich weiß nicht, ob man's sieht. Ich glaub, man sieht's. Geil. Leute, das war richtig nice. Richtig heiß und richtig nice. Oh. Das ist ganz nass. Oh. Ist ja ekelhaft. Oh. Ja. Puh. So, wie lange ist Streamicheln jetzt schon? Zweieinhalb Stunden. So in der, so in der Richtung. Beinahe. Aber, äh, zehn, elf, zwölf. Elf, zwölf. Ja, etwas mehr als zwei Stunden. Puh. Ich bin mir echt am überlegen, ob er gleich noch einen Ifen muss sterben machen. Wer hat hier dafür? Moment, ich frage euch das mal. Ich hau das mal hier rein. So. Wer ist alles dafür? Hände hoch. Oder in den Chat schreiben. Was euch lieber ist. Okay, jetzt hier. Aha, ich habe den Titel drin. Ja, das ist aber ein Spiel suchen. Steht drin. Sieben, Biohazard. So, Helfei, ich habe es jetzt geändert. So. Helfei, daraus werde ich nicht schlau. Was einem für Flüchtigkeitsfehler unterlaufen ist, ja schrecklich. So. Helfei, daraus werde ich nicht schlau. So. Also. Jetzt weiß ich auch, was Helfei gemeint hat. Dann bin ich ja mal froh, haben es vier Leute zu mir geschafft. Ich danke euch. Ich danke euch sehr. Ich danke euch wirklich sehr. Dass es vier Leute zu mir geschafft haben, ohne zu sehen, was für ein Spiel wir überhaupt spielen. Mach, worauf du Bock hast. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Der Herr bestraft mich sofort, wenn ich was Böses sage. Toll, echt toll. Toll, echt toll. Ne, ja, dann machen wir noch ein... Oh, Ethan must die. Ich mach hier aber die Kerze mal noch zu. Sonst stinkt die weiter vor sich hin. Das wollen wir nicht. Also, ich will das nicht. Ihr vielleicht schon. So, dann muss ich hier jetzt aber noch schnell... Also, ich will das mal ähm... So. Okay. Noch hier Kopfhörer. Okay. So. Wo ist, wo ist... Maus, Controller, Tasse, hier. Tja. So. Oh, haut es mich jetzt wieder raus? Ne, oder? Ich hoffe nicht. Nein. So. Dann haben wir hier unter mehr. Aha. Nein. So, Zusatzinhalte. Zusatz... Zusatzinhalte. So, jetzt machen wir noch ein... Ethan... Ich muss... Noch. Also, wir machen dann leider doch kein Ethan muss sterben, weil das wird von VR nicht unterstützt. Jacks Geburtstag? Auch nicht. Ja. Toll. Schöner Scheiß. Ja, und ich weiß, dass es mich jetzt garantiert wieder raushaut. So. Ähm... Ja, dann machen wir halt nochmal ein verbotenes Filmmaterial. Das überspringen wir. Das kennen wir ja schon. Oh, ich muss hier noch Luft ranlassen. Also, Hellfire hat entschieden. Die anderen haben sich ja leider nicht getraut, was zu schreiben. Wir nehmen diesmal aber Schlafzimmer. Ja, wir nehmen diesmal Schlafzimmer. So, aufwachen. Klein, sie wacht mit einem Gestank. Ungewaschener Bett, wasche in der Nase auf. Wurzeltöpfer ist er dort und warum ist er im Bett? Er braucht einen Moment, bis er begreift. Das war kein Albtraum. Das war kein Albtraum. Die Frau hat ihn gefangen und ihn abscheulich Stinkendes unter die Nase gestellt. Etwas abscheulich Stinkendes unter die Nase gestellt. Ja. Toll. Es quietscht hier. Ach, ist ja schrecklich. Nach einer gewissen Zeit ist die Brille doch ein bisschen lästig, sage ich jetzt mal. Also hier die Lappen. Vor allem, die stören mich jetzt sehr. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht weiß, wie man die Brille richtig bütigt. Was ist denn das? Was ist denn das? Meine Arme sind abgeschnitten. Oh oh. Gut geschlafen? Unsere Kochter macht dich wirklich sehr. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Was? Mh. Das riecht gut, nicht wahr? Mh. Mh. Ess das alles auf und werde einer von uns. Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Wow, das sieht köstlich aus. Ich esse das nicht. Ich habe keinen Hunger. Ich bin nicht hungrig. Lass mich hier raus. Du gehst nirgendwo nicht, bevor du nicht aufgegessen hast. Hörst du mich? Alter, das tut weh. Ah, die haben aber voll eins gekallt. Besser benehmen. Schau mal. Moment. Ah, mein Arm gehört ja... Schon wieder ein Mikrofon geschlagen. Mein Arm gehört ja hier hin. Spinnst du? Entkommen sie aus dem Raum. Okay. Ich glaube, wir... Ich muss etwas unternehmen. Nimm einen Löffel. Hallo? Ah, einen Löffel. Was? Nein, ehrlich? Nein, nein, nein. Das war klar. Wie wäre es, wenn wir... Hier. Ich glaube, so wäre das nichts. Hör auf. Echt jetzt? Also. Es wird ja alles gekostet, was auf den Tisch kommt. Wir haben es gekostet und wir sind jetzt beinahe tot. Also nicht für köstlich empfunden. So. Verdammt. Aha. Hier. So. Viel besser. So, was haben wir hier? Die selbe Zeit wie alle anderen Uhren. Was haben wir hier? Aha. Feuerzeug. Da hat eine starke Lust. Ließe sich vielleicht... So. Hat noch nichts gebracht. Toll. Dann mal hier. Titel des Gemälde. Aha. So. Ah, wir müssen hier die Bilder einsammeln. Ja, wo sind die? Umläufen? Ne. Hm. Das war ich nicht. Kaputer Uhrzeiger. Ah, hier ist noch ein Bild. Ein Bild. Oh, was zum... Oh, was zum... Oh. Oh, oh. Nein. Nein. Ah. Mach das nicht. Ich fass das nicht an. Das war mir auch klar, dass man das nicht anfasst. Nein. Ich will doch... So, hier. So. So, jetzt filmen wir noch ein Gemälde. Wo ist das bloße Sinn? Das Gemälde. Das ergibt doch keinen Sinn. Das Gemälde. Ähm, hier? Hahaha. Das war ja klar. So. Ähm, hier. Kabel. Sehr lästig. Ich muss mal eben schnell... Ach. Ach. Gemälde. Schnell Bild hin. Was war das für ein Lärm? So, schnell hinsetzen. Wieder ins Bett. Geht das? Geht das? Kann ich mich... Kann ich mich hier wieder... Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Marguerite war... Aufstehen. Aufstehen. Komm, steh auf. Steh auf. Steh auf. Los, los, los. Los. Äh, ich muss erst mal... Sind die hier oben? Oh, scheiße. So. Scheiße, ich muss hier vorne noch zumachen. Das kann ich nicht zumachen. Scheiße, 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 scheiße. So, hinsetzen. So, äh, auf Marguerite warten. So, zumachen. Hier, wo ist mein Löffel? Wo ist mein Löffel? Hallo, Mutti. Mir geht schon viel besser, seit ich die Suppe gegessen hab. Hey, Moment mal. Warten. Oh, die Schublade hat sich nicht von selbst geöffnet. Oh, scheiße, nein. Oh, scheiße, nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich benehme es. Ich benehme es. Ja. Komm schon, beruhig dich. Bin ich tot? B-b-b- Bin ich tot? Hallo? Du solltest dich jetzt besser benehmen. Ich glaub, ich lebe noch. Nee, die hat die Bilder wieder weggenommen. So, also, mal auf hier. Komm schon. Verdammt! Toll. Was ist das, Feuerzeug? Ich hab ein Bild. Warum habe ich ein Bild bei mir? Nee, nee, ist das doch... Oh, nein, 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 nein. Kron. Nee. Bin ich tot? Ja, jetzt bin ich tot. Toll. Tot. 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 So, das versuchen wir nochmal. Diesmal hinterlassen wir aber keine Spuren. Nein, nein, keine Spuren. Bin ich eigentlich noch... Ja, ich bin noch einigermaßen gerade. So. Das Festmahl der Baker-Familie. Ja, toll. So, also. Kann ich... Ich muss etwas unternehmen. Nimm den Löffel. Mach auf. Na, also. Geht doch. So. Also, jetzt wissen wir auch, wie es geht. Von dem her, das heißt, aus dem Raum kommen wir locker raus. Was ist das? Der Herr ist mit einem... Korken an der Wand befestigt. Ah, okay. Ne, das sollen wir dann lieber nicht runterreißen. Hier drin das Feuerzeug. Nehmen wir mit. So. Hier ein Zettel. Machen wir die Schublade wieder zu. Die machen wir nicht auf, weil wenn wir die aufmachen, dann haben wir einen Salat. Was ist denn das eigentlich? Ah! 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 Nisse! Unheimlich! Unheimlich! So, komm! Nimm das, Diggins! So, was war noch? Ah, die Bilder, genau. Bilder! Sag mal, wo sind die Bilder hin? Ah, nein, das will ich doch nicht dahin tun. So, dahin. Dahin. So, mal gucken, ob sie es jetzt auch bemerkt. So, hierzu. Dann. Was war das für ein Lärm? So, hinhängen. Und ab ins Bett. Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. La 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 la. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Ich weiß es nicht. Ich war das nicht. Ich war die ganze Zeit ganz nett im Bett. La 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 la. So, äh, ah, schon wieder ein Mikro geschlagen. So, ich muss aber hier mal ein bisschen nachjustieren. Danke. Du kümmerst dich immer noch um den Jungen. Ich hab gesagt, du sollst ihn rauswerfen. Wir haben schon genug Männer im Haus. Ich lauze, Jack, du machst ihm Angst. Und vergiss nicht, dass unsere Kleine darauf besteht, dass er bleibt. Also halt's Maul. Was hast du gesagt? Es ist alles deine Schuld. Was? Nein. Verdammter Familien. Nein, nein, nein. Ich was? Mach den. Aua. Es tut mir so leid. Ich meinte, das geht so. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Bitte vergib mir, Süße. Ein Ort. Ein Ort. Ich vergib Ihnen. Komm schon los jetzt. Echt jetzt? Bin ich? Ich bin jetzt aber tot, oder? Der andere kommt einfach rein und hackt mich runter. Ihr spinnt doch. Nee. Verdammt. Verdammt. Hier mit dem Löffel. Okay. Habe ich nämlich selber auch schon gemacht. Wie und warum lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So, komm mit. So, was haben wir hier? Nee, das können wir noch nicht lösen. Toll, die alte Schabacke. Ich hasse die. Da haben wir nämlich die Bilder wieder zusammenklauben. So. Hier, komm schon. Das Bild ist nicht hier drin. Habe ich das? Ah, das habe ich noch bei mir. Ha, 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 ha. Margarete. Alter Schabacke. So, komm. So. So, was haben wir hier? Nähnadel. Ich glaube, die könnten wir hier als Dingens nehmen. Wusste ich doch. Was haben wir hier? So. Was haben wir eigentlich für Zeit hier? Mach mal auf. Fünf. Mach mal zu. So, fünf. Ich gehe direkt in die falsche Richtung. Toll. Huch. Westen. So, es ist hier. Zuerst gewahrter Tod. Der Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise begab der Mann sein Fleisch, äh, den vier Tieren der Erde. Und also der, äh, wurde brennend in Freude schwarz verkohlt. Scheiße. Das Batch steht am völlig falschen Ort. Verdammt. Den vier Tieren, äh, keine Ahnung. Eine Schlange? Völlig verkohlt. Ich habe doch keine Ahnung. Willst du das wieder, Lucas? Ich sag's dir immer, Junge, nicht so laut. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, hier hängen. Hin das Ding. So, schnell, 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 schnell. Hier, auf Margret warten. Zack. Habe ich alles? Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Nein, das Buch. Ist das Buch noch... Scheiße, das Buch ist noch auf. Oh nein, hoffentlich sieht sie es nicht. Hallo, Mama. Oh Gott, ist die hässlich. Ich habe sogar ein bisschen gegessen. Riecht das nicht einfach himmlisch? Ich habe es extra für dich gemacht. Ähm. Was ist denn? Es ist nichts anderes. War der und hier drin? Ja, der Opa vorhin. Oh, irgendwas stimmt nicht. Ich musste pupsen. Das Gemälde war nicht ohne Grund in der Ecke dort. Du dreckiges kleiner Lügner. Nicht schon wieder. Ich lieb dich. Lass mich. Nein. Nett. Ist ein Essen. Lass das. Toll. Ich hasse die. Und ich trottel, sag auch noch, ich lieb dich. Meine ich. Oh, eine Gabel. Das nächste Mal piek ich sie ins Auge. So, kann ich jetzt irgendwas nehmen hier? Ah, ein Kocher. Cool. Gabel. Mach mal auf hier. Oh. Toll. Ne, das versuchen wir jetzt nicht. So, mach auf. Mach auf. Mach auf jetzt. Festverschraubt. Na toll. Ähm, hier. Göffel. So. Also, die Gemälde hat es jetzt wieder umgestellt. Aber die brauchen wir ja nicht. Wie war die Nachricht jetzt? Ah, Momentchen mal. So, komm mal her. So, dann Kocher nehmen. Objekt mit Kocher verwenden. Feuerzeug. Das braucht Brennstoff drum. Echt jetzt? Echt jetzt? Ist das dein einziges verkacktes Problem? Oh, wo kriege ich denn jetzt Zunde her? Hier stehen überall Kerzen. Aber ich brauche Brennstoff für. Toll. So, was haben wir hier drin? Schlüssel? Ja, der Schlange schlüsselt. Toll. Ah, verflucht nochmal. Ja, komm mal rauf. Ist kaputt. Toll. Hm. Aha. Nein. Toll. Ich bin im Arsch. Ich bin sowas von im Arsch. Hat sie das gehört? Ich glaube, sie hat es jetzt nicht gehört. Machen wir nochmal auf. So, zuerst gewertet der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise begab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde er vom brennenden Feuer schwarz verkohlt. Was zum Bitte soll denn der Scheiß wieder heißen? Ah, Moment mal. Hier ist ein Norden. Haben wir sonst noch irgendwas zu? Ne, wahrscheinlich haben wir nur einen Norden. Okay. Mir läuft der Schweiß. Also, wie war das jetzt nochmal zuerst? Gewertete Tunnelmann der Westen Dunkelheit. Okay. Kommen wir mal zu hier. Gabel? Muss da ein zweiter Korken rein, oder wie? Schratti. Schratti. Bring mir mal einen Korken her. Also, wenn das ein Norden ist. Nie ohne Seife waschen. Tod. Den vier Tieren. Also, wir haben einen Skorpion und eine Schlange. Verkohlt. Verkohlt. Nein, 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 nein. Das gibt es doch nicht. Toll. Ich komme ja nicht weiter. Habt ihr eine Idee? Tipp. Ja. Wenn du einen hast. Wenn du noch da bist und einen hast. Schieß los. Von der anderen Seite verschlossen. Du musst einen anderen Weg hier rausgeben. Ich muss hier mal schnell das Spiel pausieren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unangenehm das ist. Schrecklich. Die Brille muss ich auch mal schnell putzen. Und so. So. Also, Hellfire? Tipp? Ja? Nein? Vielleicht? Ja. 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 Ich ziehe schon mal die Brille und Headset wieder an. So. So. Bilder in der Heimfall aufstellen, die erst die Schatten sind. Vorsicht bei der Wand, Vorsicht beim Wecker. Ja. 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 Okay. Das habe ich schon rausgefunden. Hm? Ich weiß auch, wenn sie jetzt reinkommt, macht sie mir die Hölle heiß. Weil ich hier schon wieder ihre Schublade kaputt gemacht habe. Ähm. Ja, aber das hatten wir ja vorhin gemacht. So. Und hier noch. Zack. Das bringt jetzt aber auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was... Das Feuerzeug braucht Zundstoff. Ja. Das einzige, was ich jetzt noch tun könnte, wäre hier das Rätsel zu lösen. Aber ich habe keine Ahnung. Tod. Skorpion. Grabstein. Toll, jetzt gucken wir uns ein Feuerzeug an. Na, super. So. So. Wir verrücken... Ah, Moment mal. Kann ja nicht verwendet werden. Ich werde aus dem Zettel nicht schlau. Ich werde aus dem Zettel nicht schlau. Zuerst gewerte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Dunkelheit. Nie ohne Seife waschen. Dunkelheit. Das wäre die Seite, wenn das da hinten in Ordnung ist. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde er vor brennender Freude schwarz verkohlt. Oh, Osten wäre hier. Während seiner Reise gab er das Fleisch den vier Tieren. Was soll denn der Scheiß jetzt wieder... Huch. Das wollte ich gar nicht. Also hier brennte Freude. Das habe ich kapiert. Das ist das da. Oh. Oh. Haus. Fleisch. Den vier Tieren. Der Erde. Äh. Ist es das... Ah, Moment mal. Dunkelheit. Dunkelheit Keine Ahnung, wie das gehen soll So, also Ohne Also zuerst gab er eben Dunkelheit Das hier Danach auf seinem Weg, Fleisch, vier Tiere und er wurde verkohlt Jo Aha Blatt Gabel, Blatt, Löffel Keine Ahnung, ob das irgendwas zu bedeuten hat Blatt 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 Nö, war zu einfach Okay, war da vorhin auf der Vorderseite noch was Zack Zack Da muss man erst mal drauf kommen Nö, auf der Vorderseite ist nix William Shatner? Ohne All hail Caesar Okay William Shatner Okay So, also Wie war das nochmal hier Blind Fleisch Und Verkohlt Ich begreife das Rätsel nicht ganz Ich meine, wir haben ja hier weder eine Gabel noch einen Löffel Scheren Ne Äh, ja Guck, chat, alter Der Zettel am Boden sagt dir, welche Folge der Bäder hängen soll Tod Dunkelheit Tiere verkohlt Sollte von links nach rechts Ja Guck, chat, alter Ja No Auf dem Löffel und der Gabel ist Da ist auch ein Zeichen Ja, ja Helfer Ich hab's rausgefunden Wir können das Wir können das gucken Ah, Moment Ja, jetzt Jetzt hab ich verstanden Auf der Gabel und dem Göffel Schlange Ja, da muss man erst mal drauf kommen Hier Und Das Apple Äh So Halt Schlange Und Apple Tatsache Da ist jetzt nie drauf gekommen Okay, was haben wir hier Hm Er ist mit einem Quellbank gesichert, dass mit der Hand nicht entfernt werden kann Boah, Panzertape Äh, hier Häng das mal So Trinkt das was Wahrscheinlich nicht Hier Medusa und die Schlange Okay Schön Ähm Was ist denn hier mit meinem Nix Aha Aha Zieh mal So So Was haben wir hier Brennstoff Okay Medusa und die Schlange Okay Aber die Spinnen werden das hier doch bestimmt petzen Hallo Hallo Ich werde mich verarschen Ich werde mich verarschen So Na also geht doch So Nein, nicht Scheiße Ich fass das nicht an Hallo So Jetzt aber Nicht Die kleinen Spinnen Nein Nein Ich werde dir noch mal weg Okay Oh, okay Okay Ich bin im Arsch Ich bin im Arsch Ich bin total im Arsch Ähm Hier Mach Mach zu Das Buch Das Bild war War hier Oder Okay Die Schublade Die Schublade Die wird mich töten Die Alte wird mich töten Moment Findet die mich hier? So Ich kauere mich jetzt einfach hier ins Eck Nein, da vorne Da ist dunkel Hier sieht sie mich Scheiße Ich muss zurück ins Zu spät Ah Ah Fuck Was zum Geh weg Scheiße Ist das vielleicht ein Scheißspiel? Boah Leute Ist das vielleicht ein Scheißspiel? Boah Oh So Leute Wir haben jetzt Ein Uhr Wahrscheinlich Ja Ein Uhr Toll Ich glaube Ich lasse es für heute mal sein Es hat mir Es war mir eine große Große Ehre Heute mal wieder so einen richtigen Livestream hinzuknallen Ja Ich hoffe es hat euch gefallen Ähm Alle die das jetzt auf YouTube sehen Danke erstmal für das Reinschauen Ich muss noch gucken wie ich das hochlade Ob ich das folgenweise mache Wahrscheinlich schon Ah Ich gehe jetzt wahrscheinlich erstmal duschen So Auch dem Herrn Hellfire Möchte ich ganz herzlich danken Für seine Unterstützung Und Auch dass er Zugeguckt hat Vergesst nicht Bei mir auf dem Kanal Läuft immer noch Zelda Ich bin sehr stolz Das Läuft Relativ Lange Jetzt schon Für meine Verhältnisse Ähm Werd ich aber so schnell Glaube ich auch nicht aufhören mit So Ja Ich danke euch ganz herzlich Äh Fürs Zuschauen Ähm Für die Donations Und Ja was ihr da Sonst doch so Vollaus und so gemacht habt Ähm Das war's für Diese Woche Nächsten Samstag Habe ich dann Frei voraussichtlich Da könnte ich dann Wahrscheinlich ein bisschen Eher einen Livestream machen Ich sterbe in den Sternen Ob ich überhaupt einen Livestream mache Aber ich hoffe doch Wenn ich Zeit finde Werde ich es auf jeden Fall Rein Bringen Tun Können machen Wollen Ähm Ja Ich danke euch ganz herzlich Fürs Zuschauen Habe ich glaube ich schon Drei, vier, hundert Mal gesagt Ich kann das nicht genug sagen Ihr seid die Besten Ich wünsche euch Eine Angenehme Nacht Jetzt noch Und Ja Bis zum nächsten Mal Macht's gut Ciao 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 Vielen Dank.